Expertise herangeholt. Wir begrüßen jetzt... Nein, andersrum. Du sitzt schon da, das ist alles gut. Wir begrüßen ganz herzlich direkt vor der Golden Pyramide und ja, mit wahnsinnig viel Fachkenntnis ausgestattet. Herzlich willkommen, Rainer Kalbock. Kalle, wir freuen uns erstmal, dass du die Golden Pyramide verlangen hast. Wer ist das? Geborst. Kanzler Chantoran. Die Pyramide. Kanzler Chantoran. Kanzler Chantoran. Kanzler Chantoran. Kanzler Chantoran. Dann mal abzuhauen. Am Buffet habe ich schon ein bisschen die Nase. Jetzt wird's aber nicht weg, jetzt wird's langweilig. Kalli, wir hatten uns schon in diverse Expertisen verspricht. Hatten schon Felix Magath und Louis van Gaal und Tuchel und Thomas Schaaf und alle als Trainer des Jahres ausgelobt. Wir wollen dich natürlich noch zum großen Elend von Bayer Leverkusen befragen. Beziehungsweise zum halben Elend. Wir werden wahrscheinlich ganz froh sein, dass wir in den internationalen Geschäftsführern gelandet sind, aber mehr auch nicht. Ich hatte mir schon gedacht, dass du wieder so ein kleines Ekelpaket bist. Aber, ähm, ja, ich sehe das mal aus der Distanz etwas an. Natürlich ist es bei Leverkusen in Deutschland, die nicht in der Champions League vertreten sind. Also wenn du 24 Spiele ungeschlagen bist, spielst du eine hervorragende Fußballkompse von Platz 9. Du hast auch sehr viele junge Spieler da drin, die du neu aufgebaut hast. Man tut das natürlich nach HRW. Wenn man das aber realistisch sieht und nachher, selbst bei dem Unentschieden gegen Bayern München, da saß ja kein Plan auf der Bank, der wurde einig wechselt. Das war übrigens keiner von der Kirche, kein geistischer. Das waren Nachwuchsspiele. Das kannte ja dann auch keine Sau mehr. Ich muss sagen, Jupp Heynckes hat da mit Rudi Völler einen erstklassigen Job gemacht. Also insbesondere Jupp Heynckes, den ich nicht mehr wiedererkenne. Äh, vor zehn Jahren war der schwierig, äckig. Heute ist er väterlich, freundschaftlich. Aber mit jeder Unentscheidung gesagt, warum die Leistung, die Kinder zu verhalten, eine Rolle spielen kann. Ja, ja, ja. Ich muss eben ganz kurz erzählen, Philipp Köstler und ich haben uns eben hinter der Sünder unterhalten. Und jetzt hat er gesagt, ich weiß nicht, wie ich den kann nicht stoppen sollen. Aber jetzt weiß ich. Das war eine Entwochen der Taktik. Nee, aber wenn wir nochmal zu dem zweiten... Das war eine Entwochen der Taktik.